Hey Freunde, kommen wir zu Bytes Auftrag Nummer 2, Fügegegnern Schaden mit Evo-Chromwaffen zu. Insgesamt müssen wir da 2500 Schaden machen. Evo-Chromwaffen findet ihr zum Beispiel als Bodenloot, aber ich würde euch empfehlen, begebt euch einfach zu einem der Chromorte, denn dort in den Kisten haben wir so gut wie jedes Mal eine Chromwaffe drin. In meinem Fall mache ich das Ganze hier bei Lastraus Lagoon. Ich glaube, wir geben uns dann kurz hin. So, landen hier kurz. Dann haben wir hier auch schon gleich eine Truhe. Zack, und wie ihr seht, haben wir da auch gleich eine Chromwaffe drin. Die schnappen wir uns dann und suchen uns dann einfach ein paar Gegner. Die 2500 Schaden müsst ihr nicht in einer Runde schaffen, also alles ganz locker. So, dann haben wir hier gleich unseren ersten Gegner. Zack, erledigt. So, eliminieren wir jetzt hier kurz unseren letzten Gegner. So, wie ihr seht, haben wir jetzt den Schaden zusammen. Als nächstes müssen wir dann wieder einen Fernseher einstellen. Den Fernseher selber finden wir hier bei Chonka Speedway. Dort begeben wir uns dann kurz hin. So, da haben wir das Ganze hier. Interagieren wir kurz wieder und hören uns das Ganze einmal kurz an. Und damit hätten wir den Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.